Egal. Bisschen übertrieben für das kleine Haus bis jetzt. Bis jetzt. Das passt hier nix mehr rein. Euernd bis hoch. Das macht mir nix. Hallo. Die Treppe ist dir schon aufgefallen vorher, ja? Ja, ist sie. Okay. Wollen wir mal schlafen gehen? Aus Prinzip? Komm, wir gehen schlafen. Okay. Ah. Endlich im Bett. Nach so langer Zeit. Guten Morgen. Guten Morgen. Gibt's hier was zum Verkloppen? Ja. Auf die Fresse. Was ist das denn? So, ich älte mal ein bisschen. Mach das. Hab ich schon. Ich bin dabei. Ich find die Treppe geil. Ja, das ist schön. Ich find sie auch geil. Weil sie doch ein bisschen sehr übertrieben ist, ne? Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so übertrieben wird. Aber das Haus dahinter wird ja auch übertrieben. Das stimmt. Ich brauch Quarzblöcke. Ja, da musst du in den Nähter drinnen rein. Weißt du auch nicht noch, wo das Niederportal steht? Ich nicht mehr. Ja, doch, da hinten beim Dorf. Ja, das kann sein. Das ist so. Schwupp, 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 didu. Ich glaub, ich baue noch eine Etage oben drauf. Und da kommt dann so ein Balkon hin. Und dann kommen hier so Säulen hin. Und dann der Balkon auf den Säulen drauf. Ja, und obendrauf bauen wir ein Riesenschloss. Auja. Mit Prinzessinnen. Du bist die Prinzessin. Nein. Ich baue dir ein Schloss. So wie ihr Märchen. Da wohne ich mit dir. Dann ganz allein. Hä? Ich baue dir ein Schloss. Wenn ich eins groß bin. Da kannst du dann froh. Und glücklich sein. Du kannst nicht singen. Stimmt. Ich hab Probleme mit. Ich auch nicht. Kann ich ja weiter singen. Ja, ja. Der blaue Himmel schaut auf uns auch ab. Ich zeig dir jeden Tag, wie lieb ich dich ab. Mhm. Verstehst du? Ja, ja, klar. Sehr gut. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Ich will den ganzen Berg hier abreißen. Hier rechts. Dass es zum Wasser offen ist. Du mit deinen Mega-Terraforming-Projekten immer, ne? Ja, und warum wurde es Stadt 1 so geil? Weil wir es geteraformt haben. Wir sind ja nicht mal fertig mit Terraform. Ja, stimmt. Aber geil ist die Stadt trotzdem schon. Mein Feld verarscht mich. So, das. Das. Oh, hast du mein Brot gebacken? Hast du auch mal was Tolles gemacht, ja? Ja, ja. Ja, ja. Hier, wo du wohnst, du bist mit Ruhe. Ja, ja. Hier, das ist... Hier ist jetzt unsere Essenskiste. Mhm. Essen. So. Hier ist noch irgendeine Schmutzkiste hier. Ja. Zack, zack. Zack, zack. Boah, ich bin die ganze Zeit nur am buddeln hier. Das ist total schrecklich. Echt ich nicht? Ich genieße die Landschaft hier. Die Landschaft. Die ich zerstöre. Ah, die Landschaft. Hier bleibt nichts, wie es ist. Ah, die Landschaft. Meine Diamantspitzsack ist fast kaputt. Echt? Mhm. Du gehst so schlecht mit deinen Sachen um, ne? Stimmt nun wirklich nicht. Doch. Nein. Definitiv. Definitiv nicht. Doch, wohl. Prügeln? Nee, jetzt nicht. Okay. Wuck auf die Scheiße hier. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Wupp. Schwupp. I'm gonna need a sweeper. Sweep. 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 Oh, falsch. Ich weiß gar nicht, ob das hier wirklich die Mitte ist. Sollte man vielleicht mal gucken. Ach ja. Du bist hingefallen. Mhm, stimmt. Du bist gestolpert und vor auf die Fresse geflogen. Klack. Ja. Klack. Guck mal, da oben mach ich jetzt noch ne Etage rein. Aha. Nicht gut? Doch, mach mal. Und da kommt dann so ein Balkon hin. Find ich geil. Okay. Was könnte das denn für ein Material sein für die Säulen? Neterquartz. Ja, hab ich ja auch schon gesagt. Ja, ich will weißen Neterquartz da als Säule haben. Müssen wir in der Neterwelt und mal ein bisschen Farben gehen. Ja gut, dann mach ich das jetzt. Pass aber auf, ne? Vor die Gasts und vor die Blades. Ja, ich lass mein Schwert hier. Gerade das würde ich mitnehmen. Na, wenn ich sterbe? Ja, stimmt. Ich lass das alles hier. Nur die Spitzsacke nicht. Ist eh halb kaputt. Oh nein. Nee, ich nehm das Schwert doch mit. Bis gleich. Bis gleich. De, 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 de. Ich glaub, das Haus wird voll geil. Wie ich mir das vorstelle, wird das cool. Okay. Ich weiß aber nicht, ob ich das so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Ist noch ein bisschen tricky. Du bist halt nicht so ein cooler Bauer, ne? Ja, besser als du, ne? Da hab ich kein Problem mit. Wobei, so schlecht bin ich, sind wir gar nicht. Der blaue Himmel scheint auf uns herab. Ist gut jetzt. Zeig dir jeden Tag, wie lieb ich dich ab. Und alle Wolken ziehen an uns vorbei. Am Traum schloss für uns zwei. Kennst du das echt nicht? Nee. Echt nicht? Möchte ich gar nicht kennen. Ich würd eigentlich voll einschätzen, dass du das kennst. Ist das Schlagerzeug oder was? Nee. Ach, da muss ich mal ne Mami fragen, wie das hieß hier. Klar ist das Schlager. Nein, das ist kein Schlager. Ist das Neue Deutsche Welle oder irgendwie so. Neue Deutsche Welle ist teilweise Schlager. Nicht alles, was ich jetzt. Wutzt und Wutzt. Niemand fickt mit Maskantje. Man kriegt immer nur ein Quarzding raus, ne? Ja, ja. Außer du hast... Außer du hast den Duting-Spitzhacke. Ich könnte mir schnell eine holen. Nein. Ist nicht mehr so weit weg. Aber nein. Sei lieb. So. Also mein Pool ist fertig. Das ist so ein Feuer-Flieg... So ein Feuer-Vieh. Nice. Ich hab's getötet. Hat nichts weggeworfen. Wie kriegt man denn jetzt hier so ein bisschen Quarz? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du musst das... Du musst das vier Quarz... Äh... Zusammenführen. Boah, ich hab gerade mal zwölf Blöcke bis jetzt. Ist ja gar nichts. Ich brauch meine Spitzhacke, André. Nein. Bitte. Nein. Och, bitte. Nein. Schon wieder kein Kartoffel-Brye. Nö, egal. Boah, ich hab richtig Hunger, ne? Müssen wir gleich eine Aufnahmepause machen, dann muss ich mir erst mal was zu essen machen. Immer brichst du diese Aufnahmen ab, ne? Immer. Das macht ja sonst keiner. Stimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist ja... Das ist ja doof. Die Schweine gucken mir zu. Hallo. Na? Das ist ein Spanner. Voll die Schweine, ey. Na? Spinni, 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 Spinni. Spinni, Spinni, Spinni. Spinni, Spinni, Spinni. Na, liebe... Ey! Beiß mich einfach die Spinne, weißt du? Die liebe Hausspinne, oder was? Fridolin. Blöde Kuh, wie kann sie es wagen? So, ich komme zurück. Und wie viel Quarz hast du? Nicht viel. Quasi gar nichts. Ich glaube, 18 oder so. Durch 4, 18. Damit kriege ich auf jeden Fall noch keine Säule hin. Oh, oh, ich habe einen Schweinemann getötet. Das finden die gar nicht lustig. Warum können die da nicht mal drüber lachen? Wuhu! Wupp! Er hat einen von uns getötet. Yay! Wuhu! Wupp! So, wenn ich gleich da bin, machen wir Aufnahmepause. Einmal noch. Barrett steht. Warte, ich möchte gucken, was machst du? Nein, du guckst nicht zu. Du brauchst noch Zuschauer. Du brauchst Fans. Barrett scheint nervös. Er springt jetzt gleich für Olympia. Ich bin der Kommentator. Achso, okay. Warte, wo bist du denn? Äh, an meinem Pool. Woher wusste ich das? Ja, ich bin jetzt gerade erst bei der Treppe. Was ist denn der Treppe? Achso, Treppe. Ja, ich warte auf dich. Ich komme über den Gang. Ja, wie auch sonst. Einfach einen Berg hochklettern? Ja, hättest du ihn nie gefunden. Klar, ich weiß doch schon, wo das ist. Hast du ihn nie gefunden. Doch. Okay. Es sollte ein Entspannungsbad werden, kein Abenteuerding. Okay, aua. Du sollst kommentieren. Okay. Ladies and Gentlemen, heute sehen wir hier den Sprungkünstler, äh, Le Barrett. Franzose. Sieht man ihm sofort an. Redet auch total schwul. Und heute werden wir seinen Sprung entsehen. Die, äh, Ringrichter sind auch am, am Ring, ne? Ist ja im Boxkampf. Und jetzt schauen wir mal zu. Los geht's. Okay. 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 Jetzt sehen wir den Sprung, meine Damen und Herren. Es wird spannend. Le Barrett. Wuhu. Ja, leider nur drei Punkte von den drei Ringrichtern. Das ist die schlechteste Wertung, die wir je gesehen haben. Mh. Aber er hat ja noch einen Versuch, habe ich gehört. Ach, noch einen. Naja. Okay, warte. Warte. Und freigegeben. Ja. Oh, das war ein wunderbarer Sprung. Zwei Punkte von allen Ringrichtern. Der zweitschlechteste Sprung. Naja. Oh, jetzt kommt, oh, 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 Hilfe. Oh, oh. Le Barrett ist in, in. Er dreht durch, meine Damen und Herren, was sehen wir hier heute hier? Ein Wasserkampf zwischen dem Moderator und dem Springmeister. Was ist hier los? Ey, ich bin halbtot, lass mich. Lass mich, lass mich, ich hab sechs, ich hab sechs, ich hab sechs. Du bist raus. Ich hasse dich. Das ist kein Problem für mich. 26 Level. Echt? Alter, ich hab's doch gesagt. Hab ich nicht mehr gehört. Ich war so im Rahn, äh, Wahn, Rahn. Alter. Das ist kein Problem für mich. Ich hab über, oh, guck mal hier. Ich hab übrigens eine Diamantspielzucker gefunden. Es ist meine. Was? Das ist gelogen. Hä, du hast irgendwie, du hast so drei Neter Quarz gesammelt und 20 Neter Rack. Weiß ich, was du da gemacht hast. So, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Aufnahme von Minecraft. Glaub nicht, du kommst hier lebend raus aus dem Zimmer. Ich kann ihn nicht schlagen. Hallo? Spawn Protection. Hör auf. Box dich kaputt. Lass es, lass es sein jetzt. Lass es doch mal sein jetzt, verdammte Scheiße. Man nennt mich nicht umsonst Rocky. Das ist jetzt unfair. Leg ich mich halt schlafen. Gute Nacht. Ist doch überhaupt kein Bug gerade. Geht besser. So. Also, meine Damen und Herren, das war Minecraft für dieses Mal. Ich hoffe, es hat gefallen und hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, let's play Minecraft mit den Creeds und den Barrels. Jo, haut rein. Tschüss. Oh, warte.